Wenn du deine Smartphone-Apps auf schädliche Software oder Viren überprüfen möchtest, dann kannst du dir natürlich Apps herunterladen, die vorgeben, das zu tun. Das brauchst du aber gar nicht, denn auf deinem Smartphone ist bereits alles vorhanden, um einen Virenscan durchzuführen. Wenn du das nicht wusstest, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Wichtig für dieses Video ist natürlich, dass alle deine Apps aus dem Google Play Store stammen. Du kannst natürlich auch Apps aus unbekannten Quellen auf deinem Smartphone installieren. Die werden bei dieser Methode jedoch nicht gescannt. Das nur so als Einschränkung. Wichtig ist zu wissen, dass der Google Play Store nämlich auch nicht frei von Viren ist. Denn es kann ja vorkommen, dass Programmierer eine App hochladen, die sich schädlich verhält. Und das ist in der Vergangenheit auch schon mehrfach vorgekommen. So gab es zum Beispiel bei einem Fall mit einem QR-Code-Scanner, der Bankdaten geklaut hat und diese dann weiterverkaufte. Als das bekannt wurde, hat Google natürlich sofort reagiert und hat diese App aus dem Play Store herausgeschmissen. Nun ist aber das Problem, dass die App trotzdem weiterhin auf den Smartphones der Nutzer vorhanden bleibt. Und um da etwas zu tun, kannst du natürlich einen Scan durchführen. Und Google wird dir dann sagen, welche App du unbedingt entfernen solltest. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Um zu prüfen, ob Google eine dieser Apps, die du dir aus dem Play Store geladen hast, mittlerweile als schädlich oder als Schadware einstuft, dazu öffnest du dann hier oben einfach den Play Store. Dann wählst du hier oben rechts dein Account-Icon und dann öffnest du hier Play Protect. Hier kannst du jetzt auch schon deine ganzen Apps überprüfen. Dazu klickst du hier einfach auf Scannen. Außerdem zeigt er dir hier an, welche Apps du schon seit Längerem nicht mehr verwendet hast. Und das Praktische dabei ist, alle Apps, die du länger nicht verwendet hast, denen entzieht er hier automatisch die Berechtigungen. Und wenn du die App dann doch mal wieder benötigst, dann kannst du der App zum Beispiel wieder Berechtigungen geben auf deine Kontakte oder auf deinen Standort oder was du gerade vergeben möchtest. Hier siehst du jetzt, dass er keine schädlichen Apps gefunden hat. Vielleicht ist das bei dir anders. Dann kannst du die App entsprechend entfernen. Wenn du bei dir Apps aus anderen Quellen als den Google Play Store installiert hast, dann wurden diese nicht überprüft. Das solltest du dabei unbedingt bedenken. Gleiches gilt für bestimmte Dateien, die du dir aus dem Internet heruntergeladen hast auf dein Smartphone. Die wurden dadurch auch nicht geprüft. Da gibt es aber natürlich eine andere Möglichkeit. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du dir mal eine App herunterlädst als APK-Datei, dann lade die doch mal zum Prüfen bei virustotal.com hoch und lass die dort durchchecken, ob dort möglicherweise ein Virus gefunden wird. Das ist zumindest die beste Möglichkeit, die ich kenne. Um Dateien auf Viren zu prüfen. Das solltest du generell bei allen Downloads machen, die du auf dein Smartphone herunterlädst. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und auch über ein Abo. Wenn du mehr sehen möchtest, dann blende ich dir hier mal eine Playlist ein. Dort gibt es einmal Videos zu Android oder aber auch zu Windows-Themen, wenn dich das interessiert. Und dann sage ich erstmal Ciao. Mehr von mir findest du hier und dann bis zum nächsten Mal.